Hallo zusammen und herzlich willkommen in unserem Brandtrust Living Room. Hier wird auch dieses Jahr wieder unser Markenstrategie-Seminar stattfinden. Wir werden das Geheimnis lüften, was diese Ente mit Markenführung zu tun hat und warum man an ihr sehr, sehr guten Unterschied zwischen Marketing und Markenführung auch erklären kann. Ich darf Sie noch mal ein bisschen drum führen. Hier haben wir unser Plenum, hier werden Sie sich also schön zurechtfinden und zusammen werden wir den Präsentationen lauschen. Und hier drüben, ganz gemütlich, findet unsere Workshop-Station statt. Also hier werden wir auch zusammen unsere Inhalte erarbeiten. Ich werde nämlich das Markenstrategie-Seminar nicht alleine halten, sondern mit meinem Kollegen, dem Colin Fernando. Ja, ich bin Colin, Mitinhaber von Brandtrust und Lehrgangsleiter gemeinsam mit Judith und war letztes Jahr aufgrund einer Erkältung nur wie Brit dabei. Ich habe also deswegen schon mal einen Testlauf gemacht und es hat wunderbar funktioniert und von daher könnt ihr auch in Fried dabei sein. An den drei Tagen mit uns lernt ihr die gesamten Grundlagen der Markenführung kennen. Und was ihr sonst noch für Vorzüge habt, stellt euch Judith jetzt noch vor. Ja, an unseren drei Tagen, die wir zusammen erleben werden, werden wir unter anderem an zwei ganz realen Praxiscases arbeiten. Von hier aus, natürlich mit unseren Gesetzen der Markenführung fest im Blick und ein paar Besonderheiten wie unseren Erdnussigel werden sie unter anderem auch noch entdecken können. Und was es sonst noch zu sehen und entdecken gibt, das zeigt Ihnen der Colin. Ja, jetzt bin ich auch mal wieder da und zwar, weil es hier den besten Kaffee ganz Nürnbergs gibt, so sagen es zumindest unsere Kunden sehr oft. Und hier kann man natürlich auch wunderbar networken in den Pausen, von denen wir genug haben während des Seminars. Und obwohl ich letztes Jahr virtuell dabei war, habe ich trotzdem genauso gut networken können, wie sonst auch immer beim Markenstrategie-Seminar. Was wir sonst noch zu bieten haben, zeigt Judith jetzt wieder. Und von unserem Obergeschoss haben Sie noch den besten Ausblick über ganz Nürnberg. Und hier sehen Sie schon am Rand hier die Lorenzkirche und ganz hinten in der Ferne die schöne Kaiserburg. Und was zu jedem Markenstrategie-Seminar dazugehört, ist unser wunderbares Rahmenprogramm, nämlich die Stadtführung mit mir, ein Weinabend und wunderbares Essen in Nürnberg. Ich glaube, Sie können schon sehen, dass wir einiges für Sie vorbereitet haben. Aber natürlich werden wir auch erst das Geheimnis um die Ente am Markenstrategie-Seminar selbst lüften. Ja, anmelden würde ich jetzt sagen. Vom 19. bis zum 21. Mai sind wir, wie gesagt, hier im Branch House Living Room mit unserem Seminar und wir freuen uns auf Sie. Bis dann.